Das Prinzip der Dezentralisierung, dass Kryptowährungen zugrunde liegt sowie das Fehlen von Vermittlern in Form von Banken und anderen Finanzinstituten machen Kryptowährungen heutzutage zur sichersten und anonymsten Möglichkeit Geld zu transferieren. Zum Nachteil der Freiheit gehört jedoch immer noch das Risiko Geldmittel zu verlieren. Der Token Ultima wird von der Smart Wallet unterstützt, einer modernen Kryptowallet mit einem hohen Sicherheitsstandard. Die Wallet ist vor Hackerangriffen geschützt, sodass die Aufbewahrung von Token in der Smart Wallet möglichst sicher ist. Selbst die fortschrittlichsten Datenschutztechnologien können ihre Mittel nicht schützen, wenn sie einfache, aber wichtige Sicherheitsregeln nicht befolgen. In dieser Anleitung informieren wir Sie über diese Regeln. Befolgen Sie sie, um Ihre Mittel zu schützen und Ihre Erfahrungen auf dem Kryptomarkt möglichst positiv zu gestalten. Legen Sie einen PIN Code für die Anmeldung in Ihre Wallet fest und richten Sie Face ID oder Touch ID ein, sodass nur Sie Zugriff auf Ihre Wallet haben. Gehen Sie dazu in den Bereich Settings Einstellungen Ihrer Anwendung. Wählen Sie dann im Abschnitt Security Sicherheit den PIN Code aus. Klicken Sie auf den Schieberegler, um eine sechsstellige Pin in Ihrer Wallet festzulegen und klicken Sie auf Change Pin, Pin Ändern, um Sie ändern zu können. Ihr PIN Code sollte komplex sein. Stellen Sie ihn aus verschiedenen in zufälliger Reihenfolge angeordneten Zahlen zusammen, damit man ihn nicht erraten kann. Verwenden Sie keine Passwörter mit denselben Ziffern, zum Beispiel 888888. Sie können die Anmeldebestätigung mithilfe eines Gesichts- oder Fingerabdruckscans im Bereich Face ID, Touch ID aktivieren. Richten Sie die Transaktionsbestätigung ein. Das Einrichten einer Transaktionsbestätigung mithilfe eines Gesichts- oder Fingerabdruckscans schützt Sie zusätzlich. Dann kann niemand mehr Togens aus Ihrer Wallet senden. Um die Transaktionsbestätigung zu aktivieren, gehen Sie zum Abschnitt Security. Bitte beachten Sie, dass Sie zum Aktivieren dieser Funktion bereits eine Pin, Face ID oder Touch ID für Ihre Smart Wallet installiert haben müssen. Nach der Installation kann diese Option aktiviert werden. Außerdem möchten wir Sie daran erinnern, wie wichtig es ist, auf die mnemonische Phrase zu achten, die Sie bei der Erstellung Ihrer Wallet erhalten. Speichern Sie sie nicht auf digitalen Medien, z.B. bei den Notizen auf Ihrem Smartphone oder auf Ihrem PC-Desktop und geben Sie diese niemandem weiter. Der beste und sicherste Weg wäre, sie auf Papier aufzuschreiben und sicher zu verstecken. Dank dieser einfachen Regeln, die wir in dieser Anleitung beschrieben haben, können Sie Ihre Mittel schützen. Daher bitten wir Sie, diese einfache Anleitung mit anderen Benutzern des ÖG-Systems Ultima zu teilen.